Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wie es aussieht, gibt es ein paar neue Fakten und Informationen im Call of Duty Franchise. Und auch irgendwie ein kleines Geheimnis. Das gucken wir uns heute an. Kurz davor lasst natürlich gerne ein Abo da für weitere Call of Duty Videos. Lasst eine Bewertung da, falls euch das Video gefällt. Würde mich wie immer freuen. Und ja, springen wir in die ganzen Informationen. Es ist so, dass gestern der Investment Call war von Activision Blizzard. Und das ist ein Telefongespräch von Activision mit den ganzen Leuten, die Geld in Activision investiert haben. Und Activision erzählt so ein bisschen, was denn alle Leute erwarten können. Das Besondere dran ist, dass das ein öffentlicher Call ist. Man kann da mit dabei sein. Und die Jungs von Charlie Intel haben das gemacht und haben ein bisschen was dazu getweetet. Ich verlinke die auch in der Videobeschreibung. Und wir gucken uns mal an, was denn alles so gesagt wurde. Zum Teil wirklich interessante Sachen. Bei dem Investment Call ging es natürlich auch verdammt viel um Geld. Und das will ich jetzt nur ganz kurz anreißen. Ich finde das jetzt selber nicht so spannend. Aber anscheinend wurden 3,3 Milliarden US-Dollar eingenommen mit Mikrotransaktionen bei Activision Blizzard. Was vielleicht doch ganz spannend ist. Und das bezieht sich jetzt auf Call of Duty, Call of Duty Mobile und die ganzen Blizzard-Spiele. Das heißt, ein Spiel wie Hearthstone, wo man, glaube ich, recht einfach Geld reinbuttern kann, ist hier natürlich auch mit dabei. Und es ist anscheinend so, dass die Einnahmen und das Engagement im Vergleich zu Black Ops 4 bei MW gestiegen ist in den ersten Monaten. Was ich auch ganz cool finde, da wissen wir eigentlich ganz genau, was Sache ist. Entweder ist es so, dass einfach mehr Leute MW spielen als Black Ops 4. MW war am Anfang auf jeden Fall mehr gehypt als Black Ops 4 am Anfang, würde ich jetzt so sagen. Aber es kann natürlich auch sein, dass das neue System einfach fairer ist für die Leute und dass deswegen mehr Geld ausgegeben wird. Also ich kaufe lieber für 20 Euro, auch wenn das verdammt viel Geld ist, einen Skin direkt und weiß, was ich bekomme, als dass ich für 20 Euro Kisten kaufe und da irgendwie nur Sticker drin sind, wie bei Black Ops 4. Und ich glaube auch, dass das letztendlich der Fall ist. Activision spricht ja von Engagement und das hört sich nach irgendeiner Prozentzahl an. Also wie viele Leute von den aktiven Spielern kaufen sich Items? Ich weiß es aber natürlich nicht ganz genau, aber ich glaube ganz allgemein, die hohen Einnahmen, die sorgen wahrscheinlich dafür, dass dieses ganze Kistensystem nicht mehr kommt zu Call of Duty und das freut mich. Aber kommen wir zu eher spannenden Sachen, wie ich auf jeden Fall finde. Und den Anfang, den macht Call of Duty 2020, das heißt das Call of Duty, was dieses Jahr rauskommt. Zwar Ende des Jahres, aber dieses Jahr ist es wieder soweit und wir wissen schon so ein bisschen was von Leaks. Das sind zwar keine bestätigten Informationen, aber wahrscheinlich stimmt das alles. Das kommt von Jason Schreier, der Connections hat in der Industrie und wir können eigentlich davon ausgehen, dass das stimmt, was er da gesagt hat. Und er meint, dass das nächste Call of Duty im Black Ops-Universum spielt. Es könnte entweder Black Ops 5 heißen oder einfach nur Black Ops. Anscheinend ist es nämlich auch wieder ein Soft-Reboot der Serie, wie jetzt bei Modern Warfare. Aber das ist noch nicht ganz sicher. Also beim Namen wissen die noch nicht ganz genau, was sie nehmen sollen. Und es ist anscheinend auch so, dass Treyarch das Call of Duty macht. Deswegen natürlich auch wieder ein Black Ops-Teil, aber ganz spannend. Am Anfang war Raven Software und Sledgehammer Games dabei, das Call of Duty zu programmieren, zu machen. Die haben sich gestritten. Activision hat gesagt, ey, wenn ihr euch streitet, dann holen wir Treyarch und die übernehmen die Entwicklung und ihr arbeitet nur noch für Treyarch. Das ist so ganz grob zusammengefasst, was da anscheinend passiert ist. Wie gesagt, nicht bestätigt, aber wahrscheinlich ist es so. Und jetzt haben wir eben noch mal ein bisschen mehr gehört von Call of Duty 2020. Und anscheinend ist es so, dass es intern bei Activision ein starkes Interesse gibt am Call of Duty für 2020. Was auch immer das genau bedeutet. Ich glaube, das könnte schon bedeuten, dass es wieder irgendwas im Black Ops-Universum wird. Dass diese Soft-Reboot-Sache auch wirklich stimmt und dass sich viele Leute darauf freuen. Activision meint dann auch, dass es sich gut fühlen mit den Inhalten, die Call of Duty 2020 hat und mit sich bringt. Keine Ahnung, ob das Battle Royale bedeutet oder was damit wieder gemeint ist. Und es ist so, dass Activision auch denkt. Und das ist ganz spannend, dass Call of Duty 20 zum Start weniger Einnahmen machen wird als Call of Duty 2019. Das heißt Modern Warfare. Allerdings wurde das anscheinend auch letztes Jahr gesagt. Und es wurde auch gesagt, dass Modern Warfare weniger Einnahmen macht. Wahrscheinlich als Black Ops 4. Das war nicht der Fall. MW hat sich auf jeden Fall wesentlich besser verkauft. Und wahrscheinlich ist das einfach so ein Ding von Activision, dass die die Erwartungen erstmal unten halten wollen. Und wenn sich das COD dann wirklich schlechter verkauft, dann können sie sagen, ja, haben wir ja schon gesagt. Und wenn es sich besser verkauft, dann ist es schön, wenn sie sagen können, ey, es hat sich besser verkauft. So verstehe ich das auf jeden Fall. Was dann allerdings interessant ist, ist, dass in Bezug auf Call of Duty 2020 nicht gesagt wurde, welcher Entwickler dran arbeitet. Jetzt wurde das immer gesagt und in meinen Augen untermauert das nochmal die ganzen Leaks, die wir jetzt bekommen haben von Jason Fryer. Ist ja jetzt auch schon wieder ewig her, aber eben diese ganze Studio-Wechsel-Sache und die einen fangen ihn an und dann kommt Treyarch dazu. Ich finde, das passt ganz gut dazu. Es fühlt sich so an, als würde jetzt Activision gerade noch nicht sagen wollen, dass da jetzt irgendwie Treyarch nochmal dran arbeitet, obwohl sie eben 2019 ein Call of Duty gemacht haben. Und es wirkt so, als würden sie sich damit jetzt noch ein bisschen Zeit lassen, bis sie dann irgendwie vielleicht den Titel schon verraten können oder allgemein andere Sachen mit dazu liefern können an Informationen, um den Hype dann schön oben zu halten und um direkt zu sagen, ey, es ist zwar wieder Treyarch dran, aber macht euch keine Sorgen. Guckt euch an, wie geil das alles ist. Activision hat aber natürlich auch über das aktuelle Call of Duty gesprochen, über MW. Und ja, Activision meint, dass wir da anscheinend neue Inhalte bekommen und dass es so ein paar Geheimnisse gibt. Und das ist auf jeden Fall auch ganz spannend. Am Anfang meinte Activision-CEO, dass er davon ausgeht, dass der Spielerwachstum in diesem Jahr auf jeden Fall stärker sein wird als 2019. Und zwar zum einen wegen Call of Duty Mobile, was anscheinend wirklich von vielen Leuten gespielt wird. Und zum anderen wegen noch nicht angekündigten Call of Duty Initiativen. Was spannend ist und was das bedeuten könnte, das gucken wir uns gleich an. Kurz davor, es wurde dann auch noch so ein bisschen über die Season 2 gesprochen für MW. Und da wurde auch nochmal gesagt, dass wir mehr guten Content erwarten können und Überraschungen. Das heißt, es wird hier von Überraschungen und von nicht angekündigten Call of Duty Initiativen gesprochen. Und wenn ich drüber nachdenke, was das ist, dann denke ich, dass es Battle Royale ist. Ich kann mir eigentlich fast nichts anderes vorstellen. Es könnte vielleicht irgendwie ein großes DLC sein für MW, ein großes kostenloses DLC mit irgendwie ganz vielen neuen Maps und neuen Waffen. Aber ich glaube nicht, dass das gemacht wird. Ich glaube, die bleiben dabei, dass alles schön verteilt wird, was mir tatsächlich auch lieber wäre. Und es könnte natürlich auch sein, dass damit gemeint ist, dass Black Ops 4 vielleicht nochmal ein riesen Update bekommt. Das wünschen sich ja verdammt viele Leute. Ich habe da auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Aber jetzt, nachdem ich eben die Zahlen hier gelesen habe und nachdem Activision gemeint hat, wie geil sich MW verkauft hat und wie geil irgendwie die ganzen Mikrotransaktionen gekauft werden, glaube ich nicht, dass Activision irgendwie das Gefühl hat, dass sie jetzt noch groß was machen müssen für Black Ops 4. Da könnte vielleicht noch eine Waffe rauskommen, aber ich glaube, ansonsten wird da nichts Großes mehr passieren. Und Activision denkt sich wahrscheinlich, Treyarch soll lieber mal an dem Call of Duty arbeiten, was dieses Jahr rauskommt. Das muss ja auch fertig werden und soll dann bei Release gut verkauft werden und gut funktionieren. Von daher, ich glaube, das kann man ausschließen. Und im Prinzip bleibt dann eigentlich nur noch eine Sache. Battle Royale. Der Modus, der schon oft geleakt wurde, der schon im Code gefunden wurde, von dem wir bis jetzt noch nicht wirklich was wissen. Aber das, glaube ich, könnte ein weiterer Hinweis sein, dass wir diese Season einen Battle Royale Modus bekommen. Das heißt, wir hatten die ganzen Leaks im Vorfeld, die gemeint haben, dass Battle Royale kommt Anfang 2020. Wir haben die ganzen Daten, die schon im Spiel gefunden worden sind für einen Battle Royale Modus. Wir haben diesen komischen Tweet von Raven Software, die diesen Teaser für Season 2 retweetet haben mit einem Smiley. Und Raven Software ist angeblich das Studio, das Battle Royale macht. Das heißt, der Multiplayer sollte dann auch nicht drunter leiden. Und jetzt haben wir eben noch Activision, die beim Investment Call von Überraschungen und von nicht angekündigten Call of Duty Initiativen sprechen. Ja, wenn damit nicht Battle Royale gemeint ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, Battle Royale kommt. Ich hoffe, Battle Royale kommt. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr noch an Battle Royale glaubt oder nicht. Ich will meine Hoffnung irgendwie nicht verlieren, muss ich sagen. Es ist dann außerdem noch so, dass Activision ganz am Ende ein bisschen über Google Cloud gesprochen hat. Und Activision hat jetzt nämlich den Serveranbieter gewechselt oder wird ihn noch wechseln. Wir gehen jetzt hin zu Google Cloud. Das heißt, alle Spiele werden bei Google gehostet und anscheinend auch gemanagt und so weiter. Das heißt, Activision muss sich nicht mehr um die Netzwerke kümmern. Und Activision selber meint, die haben dann mehr Zeit, sich auf die Spiele zu konzentrieren, während eben Google die ganze Netzwerktechnik managt. Und ich bin gespannt, ob das für bessere Verbindungen sorgt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut oder schlecht die Google Cloud Gaming Servers sind. Ich habe keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall ganz spannend. Und Activision meint gleichzeitig auch, dass sie kein Stadia geplant haben. Das heißt, dieser Gaming Cloud Service von Google, wo man Spiele streamen kann, der wird anscheinend nicht kommen für Call of Duty. Auch wenn Activision gleichzeitig nochmal sagt, dass sie sich das offen halten und weiter in Richtung Cloud Gaming gucken. Aber es ist nichts geplant jetzt aktuell. Das heißt, neben zwei nicht so spannenden Themen, die Cloud-Sache und was irgendwie die ganzen Mikrotransaktionen eingenommen haben, haben wir zwei verdammt spannende Themen gehabt. Irgendeine nicht angekündigte Call of Duty-Initiative für MW, was wahrscheinlich Battle Royale ist, hoffentlich. Und ein bisschen Talk über Call of Duty 2020, was ich auf jeden Fall auch spannend finde. Lasst uns in den Kommentaren so ein bisschen drüber diskutieren. Glaubt ihr, Battle Royale kommt? Glaubt ihr, das ist Battle Royale? Oder glaubt ihr, das ist was ganz anderes? Und freut ihr euch schon auf Call of Duty 2020? Was erwartet ihr da? Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Call of Duty 2020. Aber ich bin auch gespannt, was uns bei MW so erwartet, was uns bei Season 2 erwartet. MW ist nicht tot. Finde ich auf jeden Fall, auch wenn das viele schreiben. Ich habe immer noch meine spaßigen Runden, auch wenn es auf jeden Fall ein Call of Duty ist, was sehr frustrieren kann. Da gebe ich allen recht. Aber ich habe auf jeden Fall meistens noch meinen Spaß und bin einfach jetzt hyped auf Season 2. Muss ich auf jeden Fall wirklich sagen. Lasst uns in den Kommentaren diskutieren, wie gesagt. Lasst natürlich eine Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abo da für weitere Call of Duty-Videos. Und wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin. Lasst ein Abo da für heute.